Hallo, 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 wieder aufgewacht, gleich ein Nickerchen gemacht und jetzt eben kurz ne Aufnahme, es kommt bestimmt sehr gut, jetzt in der Facecam, ich glaube ihr habt Spaß, ich bin der Chinese, Lars, Hallöchen, ich habe die Schlitzaugen, ne, willkommen, Jackson Fidget, Hallöchen. Alle Server am Start hier, Server 23, Server 22 ist Server Nummer 5 und W3, ihr habt es schon gesehen auf Server Nummer 5, da sind wieder einige Leute entweitet worden, wer gleich drauf schauen wäre, das wird bestimmt spannend sein und Alter, steht in meinen Augen, Entschuldigung, Alter, ich bin gerade aus einem Nickerchen am Nachmittag aufgewacht und das sieht echt nicht feierlich aus, na egal, kann passieren. So, Server 23, also ich bin nicht zugekifft, ich bin gerade aufgewacht, kleines Nickerchen. Server 23, sind wir am Start und ja, ich habe Alu soweit gespielt, beziehungsweise noch nicht ganz fertig, da, wie gesagt, da was zwischenkam, es nannte sich Nickerchen, aber zum großen Teil bin ich eigentlich durch. Das bedeutet, wir können eigentlich alles abchecken. Der Kollege ja, der Shakes und der Fitch sind auch schon beide am Pen, weil es ist schon ein bisschen später, es ist schon 21.28 Uhr, 21.28 Uhr, unfassbar, da muss Lars schon noch im Bett sein. Also, Server 23 hier, habe ich 100 Abo gespielt, ich glaube, ich war überall fertig, außer aus Server 22, da muss ich noch ein bisschen und wir checken erstmal kurz ab, was hier abgeht und zwar erstmal schön zum Klo erstmal die Wurst reinpreschen. Da muss abgekackt werden, da muss richtig was reingeballert werden in die Schüssel, von der machen wir das auf jeden Fall erstmal schön aufs Klöcherböhrchen und schön die Wurst reinknallen. Wunderbar, eine Wurst, so gehört sich das. Festung und so weiter, bin ich halt gerade dabei am upgraden, deswegen sind hier Sachen, die 15 Minuten dauern oder halt noch ziemlich, ziemlich lausend auf Server 23. Ja, es ist ein Server, den wir gerade wieder noch ein, frisch einspielen, den wir frisch wieder reinballern und von daher wird es noch ein kleines Momentchen dauern, bis wir hier ein bisschen weiter sind. Ich hoffe, das ist okay und ich hoffe, das passt. Server 23 wie als kleines Bunnyhäschen. Oh, sind wir nicht schön, wir sind geil und haben dicke Titten, Entschuldigung. So, Intelligenz, gehen wir kurz rein hier. Wie sieht es mit den Begleitern aus? Habe ich die Begleiter irgendwie krass geskillt? Na klar, sind krass geskillt, der ist Todes, so gefällt mir das. Nice. Krass geskillt, oh, ich erinnere mich an den, ich erinnere mich an den im Turm, der ist richtig scheiße. Da hängen wir Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende an diesem dreckigen Assi und deswegen, oh, weg, ich will weg hier, ich will, ich will weg, Leute. Nein, 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 erstmal reinskillen hier, so, reinskillen die Scheiße. In der Gilders-Demo-Portest mal betreten, wunderbar, ein paar Prozente abzielt. Wie gesagt, ich bin bei Z, ne, ich will mich bei Z, das war auf Server 22. Ich bin bei Bloodmoon und Bloodmoon ist auch inaktiv. Also ich denke mal, dass ich hier da auch rausgehen werde und mir irgendwie eine andere Gilde suche. Hier schrieben wird ja auch nichts mehr, obwohl. Uh. Hey Lars, lehren wir deinen Postfach, wollt ihr dir ein paar Tipps geben? Bitte was, ich soll mal Postfach lehren, weil ich Tipps bekomme von irgendjemandem? Ich bitte dich, also die Tipps, äh, das gibt's doch gar nicht. Ja, lehren wir gleich die Post. Arena Kampf, kurz eben beitreten, beziehungsweise kurz eben absnacken und zwar den hier, den greifen wir kurz an hier. Easy weggesnacken, easy weggegangen, irgendwie den King. Nice. Was sind wir denn gefallen? Ähm, 106. 106 mit 335. Ja, läuft bei uns richtig. Sonst sind wir Top 10 auf Server 23. Jetzt einfach mal, äh, sind wir hier auf 106. So gefällt mir das. Sehr, 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 sehr. Not nice. Das ist nicht ganz so geil. Im Dungeon sind wir im 13. Stock, beziehungsweise im Turm sind wir hier. Wir können ja kurz den Turm abchicken. Ich glaube kaum, dass wir hier irgendwas reißen hier. Zuglück habe ich einen Trank des ewigen Lebens hier gefunden letztes Mal. Mr. Rübezahl, Mr. Bitte was? Jetzt haben wir keinen Try mehr übrig, weil wir keine Pilze haben. Habt ihr gerade gesehen, was das für ein Try war? Das war ein guter Try. Das war ein richtig guter Try. Ich glaube, Mr. Rübezahl, sie sind ja langsam drin. Sie sind hässlich, sie sind eklig, sie sind scheiße. Sie sind doch, doch irgendwann langsam drin. Das gefällt mir. Wunderbar. Das war 23 im Aufbau. Das war 22. Dort bin ich noch am Alu spielen. Habt ihr die 3 noch nicht durch, weil ich halt Pilze habe, kann ich hier noch am Alu zockeln. Das heißt, ich kann noch ein bisschen was reinballern. Und ich denke doch mal, da es mir gerade eben nicht so gut geht und ich leicht eingeschlafen bin. Nehmen wir kurz die 10 Minuten Quest, damit das auf jeden Fall durchläuft. Und wir werden hier auf jeden Fall die Alu nicht zu Ende spielen, sondern gleich die Stabwache reinhauen und dann passt es. Waffen Zauberladen werden wir kurz abchecken hier. Da gibt es einen Trunk, den wir natürlich uns sofort gönnen. Richtig sofort instant reinziehen. So läuft das. Ich habe auch eine Mitteilung von euch bekommen, beziehungsweise eine Information mit den Gems. Man kann die einfach nur reinballern und durch neuere und bessere Gems quasi jedes Mal wieder ersetzen. Das ist ganz geil. Das gefällt mir. Ich wäre eh kein Ausdauer-Gam, also wäre ich den wegballern. Obwohl, ein Ausdauer-Gam nimmt man einen Ausdauer-Gam? Ich glaube nämlich nicht. Wenn wir kurz hier rüber schauen. Es werden allgemein nur Hauptattribute-Gems oder Hauptattribute-Sockel reingeballert. Deswegen werde ich diesen Kollegen hier nicht nehmen. Alter, schön 291er. Der ist ganz geil. Ich glaube sogar mein bester Sockel, den ich jemals gefunden habe. Weg. Ebenso der Tipp von jemandem. Lars, habe ich gerade einen nicht-Epic reingeschmissen, obwohl ich... Habe ich gerade nicht-Epic reingeschmissen, obwohl ich hier 10.000 Epics noch habe? Ich glaube schon. Nice. Sehr, sehr geil, Lars. So gefällt mir das. Sehr gut. Egal. Kann passieren. Festung. Ist auch fleißig dabei auszubauen. Ich habe die Akademie gestartet. Also, das passt. Edelstein suchen wir schon mal hier und werden die Akademie einfach mal ausbauen, warum weil wir es können. Ebenso können wir die Schatzkommarbeit ausbauen. Passt. Alles geht voran. Server 22. Großartig. Geile Scheiße mit Updates, die großartig sind. War alles Tolles. Ich bin durch. Ich weiß. Gerade eben aufgestanden wieder. Wir werden skillen. Obwohl haben wir im Türmchen alles geskillt. Das passt soweit alles. Ihr seht selber, was ich für Gäste bekommen habe. Nur Scheiße. Kein Schlüssel mehr. Also können wir in der Scherbenwelt, sage ich mal in der Schattenwelt natürlich, können wir dort nichts weitermachen. Wir können gleich hier kurz abchecken, gleich das Demo-Portal und so weitermachen. Aber erstmal skillen wir kurz rein. Geschick. Hier Ausdauer. Geschick. Ausdauer. Reingeskillt. Fertig. Und dann können wir einen Arena-Kaffee machen. Gegen einen 322er. Die kann man immer gerne wegnatzen. Was mir aufgefallen ist aus 223, müssen wir kurz am Rad drehen hier. Wir müssen am Rad drehen. Ich warte, bis die Pilze da sind. Ah, die sind schon weg. Ihr habt mir keine Tipps gegeben zum Rad drehen, oder? Jetzt muss ich am Teller drehen. Ah. So, drehen wir kurz am Rad. Mal schauen, was wir bekommen. Zum Anfang war dann dieses Gold. Ist okay. Gold kann man sich gönnen. Jetzt haben wir 2022 auch kurz am Rad drehen. Und hier haben wir Holz gerade ausgewählt. Jetzt sind wieder Holz ausgewählt. Holz, Holz. Und wir bekommen Stein. Sehr gut. Stein ist toll. Ich bekomme auf Server 2022 immer Stein, weil Stein einfach nur ultra scheiße ist. Wer möchte nicht gerne Stein haben? Auf dem Jahrmarkt will ich auch gerne mal einen Haufen Stein gewinnen. Das wäre natürlich wunderbar, weil Steine toll sind. Steine machen so viel Spaß. Ja, Server 2022 schon erwähnt. Wir werden jetzt hier erstmal in der Gilde das Dämonenportal machen. Das ist ein guter Plan. Sehr, sehr geil. Oh, der Kollege sieht sehr böse aus. Der Kollege sieht sehr böse aus. Das habe ich schon mal gesagt. Glaube ich ja. Der sieht sehr, sehr böse aus. Dann gehen wir in den Dungeon hinein und werden den Märchenturm betreten. Nein. Wir werden erst das Dämonenportal machen für den Singleplayer. Und dann werden wir nicht hier weitermachen, weil die Kollegin, die alte junge Dame, die alte junge Dame, sondern wir werden im Turm weitermachen, weil der Vetterchen Frost ist am Start. Und wir kommen hier weiter. Wir sind gut am Start hier. Und ich glaube, Vetterchen Frost ist so ein Kollege, den wir kurz auftauen werden. Vetterchen. Wer ist denn? Der ist down, glaube ich. Der ist, glaube ich, jetzt schon down. Nein, doch. Nicht knapp. Der ist locker drin. Der ist ja locker drin hier. Was bist du denn für ein Noob? Und da gehst du down. Nice. Sehr, sehr geil. Nice. Alter, wie es vorangeht im Turm. Ich liebe es. 540. Sehr, 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 sehr geil. 540 für Stärke Boy. Stärke Boy. Stärke Boy. 535. 545. Gegönnt. 540. Gegönnt. Glückwunsch dazu, mein Junge. Ja, haben wir kurz gemacht. Und nun kommt wer? Oh, das Traumpaar. Unglaublich. Nice. Es ist so geil, dass wir endlich wieder Content auf Server 22 reisen. Das werden wir auch beide auf Server 23 machen. Die hat auch kleine, 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 süße Augen. So wie ich. Ich habe auch kleine, süße Augen. Weil ich, äh, klein, süß, ich sehe aus wie der hier. Ich sehe aus wie das Biest. Doch, kann man so sagen. So sehe ich aus. Ich bin auch zugekifft. Drogen sind nicht gut. Äh, weißt du Bescheid? Mario Hanna ist nicht gut. Mach, weißt du, kaputt. Drogen, äh, nimm keine Drogen. Kann ich euch nicht empfehlen. Habe ich, habe ich nicht gemacht. Keine Erfahrung mitgemacht, aber macht es einfach nicht. So. Als nächstes, äh, gehen wir dann, äh, hier abchecken, was hier abgeht. Wurden wir schon, nein, wurden wir noch nicht. Alles klar. Dann, äh, gehen wir, äh, äh, hier hin. Ich bin komplett durch, tut mir leid. Und werde nochmal kurz die Mutter einmal versuchen zu klatschen. Die kleine, kleine Mutter hier. Die Mutter will nicht. Die Mutter hat keinen Bock. Nochmal nur ein, ein Pilzloch. Die Mutter will nicht. Alles klar. Also lasse ich hier durchlaufen. Werdet ihr gleich die Staffel reinballern. Und wir gehen weiter auf Server 5. Aus Server 5 möchte ich euch mitteilen, dass 1, 2, 3, 4 weitere Boys invited worden sind. Der SCA, der Repsi, der Tintexco, Tintesco und der Loredi. Also checkt ab, Leute, was abgeht. Der ist sogar schon Glücksepik. Nice. Checkt ab, was abgeht. Und wenn ihr annehmt, dann seid ihr am Start der Stufe 43 schon. Der ist echt 43. Aber Tau ist auch schon 49. Von daher. Wir können allgemein abchecken, wie hat denn schon Glücksepiks. Also ich bin am Start mit einem, äh, Glücksschuhe. Tauber-Glücksschuhe. Nice. Sehr gut. Bivor hat nix. Der Kalli hat, ähm, oh, 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 Handschuhe. Nice. Sehr, sehr geil. Natti hat, äh, glücksmäßig nichts. Die Liz hat glücksmäßig auch nichts. Der, äh, Kray, oder die Kray hat auch nichts. Beast ist am Start mit glücksmäßig nichts. Unlucky, ähm, ist unglücklich. Kein Glücksepik, der hat einfach mal gar keinen Slot an. Warum auch mal, David? Jan, Glücksepik, ja, ein Hut. Nice. Sehr gut. Mr. Eier, weil jeder mag Eier, weil Eier sind geil. Jeder, keiner mag Socken zu Weihnachten, aber jeder mag Eier. Hat kein Glücksepik. Dann geht weiter mit den, mit Flocke. Kein Glücksepik. Obwohl, ist das ein Glücksepik? Näh. Dark Suicide. Null Glücksepiks, der Shoka, null Goa, oder Goa, wie auch immer, null, wenn ich was übersehe. Entschuldigung, ich bin gerade fertig mit der Welt. Der Teddy ist am Start mit null D4TV. Hallöchen, ein Ring. Und mit einer sehr guten Nase. Leicht, ähm, bestäubt. Mit schwarzer Materie oder was auch immer. Sehr, sehr geil. Und der Yannick hat auch keinen Glücksepik. Das sind die Boys bislang drin, so wie gesagt, der SCA, der Repsi und der Tintesco, beziehungsweise der Lordi. Sind dann entweitert, der auch einen Glücksepik hat. Nimmt an die Scheiße, kommt rein in die Gilde und habt Spaß. Hier bin ich auch dabei, die Festung auszubauen, deswegen machen wir das. Und ich würde sagen, wir bauen die Schatzkammer aus. Aus der Nummer 5. Kostet sehr viel Money Note, aber mal ist ja nur einmal im Jahr wunderbar. Wie gesagt, man muss immer einen Glückstrank anhaben, beziehungsweise gesoffen haben, sonst kann man sich die anderen Tränke nicht gönnen. Haben wir alles am Start, von daher haben wir uns diesen Ausdauer, beziehungsweise diesen kleinen Intelligenztrank auf jeden Fall verdient. Sonst, itemmäßig im Waffenzauberland ist nur Müll. Müll, Müll, Müll. Und wir können eigentlich reinskillen des Todes, mach ich auch, Intelligenz und auch. Ich kann auch immer blättern, kann ich nicht, ich hab keine Pilze. Ja, Lars und Pilze, das ist wie gesagt immer Mangelware. Und mir fällt gerade auf, ich hab gefehlt. Ihr müsst es mir nicht ernst nehmen, genau, ihr müsst es mir nicht übel nehmen, aber ich bin gerade fertig. Ich hab jetzt geskillt viermal in Intelligenz, was ich gar nicht wollte, oder fünfmal. Wichtig ist auch immer den Glückswert am höchsten zu haben, von der Basis her. Hab ich jetzt nicht, ich bin scheiße, mich sollte man jetzt kicken bannen und wie auch immer. Schon das zweite Mal. Ach, das war doof. Entschuldigung. Erstmal kurz jetzt im Dungeoning was down machen, dann können wir das auf jeden Fall wieder zurücknehmen. Ich hab mich verskillt, ich bin, ihr seht selber, ich bin fertig. Ich bin einfach nur fertig gerade. Ich bin fertig mit der Welt, Entschuldigung. Ja, wir gehen kurz in die Ruinen von Gnark. Sind die denn dran überhaupt? Ich hoffe doch mal. Oh Mann, ich weiß es wieder nicht. Der ist 40. Was war der? 38. Und der war, was war, keine Ahnung, ist der auch über 40? Auch, ich bin unterwegs, ich kann ja eh nicht. Stadtwache ist drin. Die will ich jetzt nicht unbedingt abbrennen. Machen wir nicht. Lars, bricht das nicht ab. Ich werde sofort, wenn ich die Stadtwache ausgewertet habe, in ein paar Stunden, in drei Stunden, neun, werde ich sofort in Glücksskillen, dann passt es wieder von dem Wert. Ich greife extra nicht ab, weil ich gefällt habe. Entschuldigung. Bzw. Lucky Server. Sehr geil. Weiter geht's mit dem letzten Server, das ist W3, der internationale Server. Wisst ihr Bescheid, W3, da bin ich immer geil am Start. Und hier werden wir als erstes die Festung abchecken. Sehr geil, ich hab einen Schlüssel bekommen, wie es aussieht. Ich habe einen Schlüssel bekommen und ich werde als nächstes die Schmiede, das werde ich ausbauen. Ich werde die Akademie ausbauen, weil das ist immer ganz geil. Ebenstein kann ich wieder suchen, na klar suchen wir doch. Was habe ich denn für einen Key bekommen hier? Oh, der entweite Schattenschlüssel. Das heißt, nein. Nice. Bitte was? Ich hab offiziell auf nice gedrückt und es kam nicht ganz an. Okay, wir können in die Schattenwelt gehen und können den Schlüssel hier benutzen. Oh, sogar hier schon sind wir dort. Und sehr, sehr geil mit diesen weiteren Dungeons in der Schattenwelt. Ist richtig geil gemacht. Das ist sehr geil. Player läuft bei euch. Waffen Zauberlagen kurz abchecken hier. Wie sehen meine Tränke aus? Die passen. Oh, das ist gar kein Slot. Perfekt. Aufs Glürchen, Popöchen. War ich das hier schon? Nein. Das heißt, wir können einen Epic hineinschmeißen. Wir haben hier noch eins übrig. Das, das, das. Das ist auch noch hier ein Glückssteinilein. Den Glückssteinilein, beziehungsweise den Glücksgamm kann ich auch noch benutzen. Das passt soweit. Erstmal kurz zum Turm. Aber ich habe ja eben meine Begleiter noch was gegeben. Hier, der Kollege hat noch so viele Items, die ins Klöchen, Popöchen reingewechseln kann. Von daher passt es auf jeden Fall. Einmal den Gem und dann die ganzen Items noch beim, 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 beim Turm. Bei den Turm Boys. Von daher sind wir mit einigen Epics noch ausgerüstet. Sehr geil. Hallo Kuchenmann, wie geht's dir? Kuchenmann. Hallo. Der Kuchenmann ist cool. Wir gehen skillen. Ob, plus 1 SA läuft bei uns. Wir gehen skillen. Warum, weil wir es können. Schick. Ausdauer. Geschick. Ausdauer. Ausdauer. Wie immer bei 50% Griff. Von daher scheiß auf Glück. Wir sind hier auf Lucky Server. Scheiß auf den Rotz. Reingeballert. Alles Wunderbärchen. Arena-Kampf gegen 138er, eckliger, komischer Typ. Alter, hat er uns weggesnackt. Der hat uns ja richtig gegeben. Not nice. Der hat uns ja gerade richtig gegeben. In den Sack. Also, könnt jetzt die Schattenwelt gehen? Ich hab wieder keine Pilz. Alter, Schwede. Ich muss wieder Pilze aufladen. Komm noch. Wir gehen in die Schattenwelt. Und werden in der Schattenwelt erstmal das Gespenst bewegen. Boah, das ist stark. Das Gespenst ist 172. Das ist 172. Alter Vater. Was ist denn hier los? 172? Der ist 200. Okay. Alles klar. Da kommen wir noch nicht weiter. Das war jetzt gefällt. Hab ich jetzt hier trotzdem noch einen Try übrig? Also, Dämonenportal können wir eh in der Gilde machen. Das passt. Das ist okay. Hab mich da auch gemeldet. Ist eh kein Kampf. Wir können dann im Dungeon ein Dämonen-Singleplayer-Portal machen. Passt. Hab ich jetzt noch einen Try übrig, wenn ich in der Schattenwelt einen Try gemacht habe? Fuck my life hab ich nicht. Blöd. Das war blöd und dumm von mir. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Sorry für diesen ultra verpeilten, krassen Part. Ich weiß. Ihr seht es selber. Meine Augen, die öffnen sich so langsam wieder. Es tut mir im Gottes willen leid, dass der Part verpeilt ist. Aber ich kam einfach nicht dazu, vorher noch aufzunehmen. Und ich wollte vorher aufnehmen, dann bin ich eingeschlafen. Jetzt hab ich trotzdem aufgenommen. War keine gute Idee. Ich hätte erstmal wach werden sollen. Hätte mir vorher einen Kaffee gönnen sollen. Oder ne Tüte Koks. Weil es ist nicht Tüte Deutsch. Ja, keine Ahnung. Sorry dafür verpeilt des Todes. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Seid ein Haufen super. Und lasst uns beim nächsten Mal wieder vernünftig. Pilze werde ich auch mir besorgen. Dann läuft es wieder. Reingauern bis zum nächsten Mal. Nice.